Herzlich willkommen zum Investorenbarometer. Wetter und Klima draußen sind noch auf Winter gestellt. Ganz anders sieht es derzeit bei den Venture-Capital-Investoren aus. Wie, das zeigt uns jetzt Zwanche von Massenbach. Das alte Jahr ist verhoben. Natürlich hat uns trotzdem von BVK und KfW interessiert, wie die deutschen Beteiligungsgesellschaften das vierte Quartal 2020 bewerten. Denn daraus ergibt sich ja auch das Stimmungsbild für das letzte Quartal des Jahres. Das Venture-Capital-Barometer, Sie wissen es, das beschäftigt sich ja mit den Investoren, die in Gründungs- oder die sich auf Gründungsfinanzierungen und Start-ups spezialisiert haben. Deshalb hat uns hier ganz besonders die Stimmung im Wagnis-Kapitalmarkt interessiert. Schauen wir uns mal direkt die erste Grafik an. Das VC-Geschäftsklima verbessert sich zum Jahresende 2020 deutlich. Und es hat dadurch sogar auch den Corona-bedingten drastischen Einbruch vom Jahresbeginn gänzlich wettgemacht. Sie können das ganz besonders hier schön sehen. Es legt mit fast 27 Zählern auf nun 17 Punkte zu. Das ist schon ein ganz schön gewaltiger Sprung nach oben. In die Bewertung des Geschäftsklimas fließen auch die Einschätzungen der aktuellen Lage, wie man das hier sehen kann, der aktuellen Lage und auch der Geschäftserwartung aus Sicht von sechs Monaten ein. Und beide werden von den VC-Investoren besser als im Vorquartal bewertet, wobei die Bewertung der aktuellen Lage, Sie sehen es hier ganz deutlich, mit etwas mehr als 28 Punkten den größten Sprung nach oben macht. Alle drei Indikatoren stehen damit wieder im positiven Bereich und gehen nach oben. Das kann man besonders schön hier an den grünen Pfeilen nach oben erkennen. Und sie sind damit auch im oberen Drittel ihrer historischen Werte. Gucken wir mal auf den Zeitverlauf. Da muss man am Anfang vielleicht gar nicht viel sagen, weil die Kurve schon für sich spricht. Das ist ganz klar. Im ersten Quartal 2020 geht es bis weit nach unten. Also da ist der Stimmungsindikator, der aus einem ziemlich positiven Bereich kam, sogar bis unter das Niveau der Finanzkrise gefallen. Also ziemlich drastisch. Umso erstaunlicher. Mit dem vierten Quartal zeigt sich die Stimmung, ganz deutlich gehoben zu haben oder sogar vollends erholt zu haben. Das Geschäftsklima zeigt sich offenbar auch völlig unbeeindruckt vom neuerlichen Lockdown, was sehr interessant ist. Und es übertrifft zum Jahresende seinen Vor-Corona-Stand von 2019. Damit, und das ist das doch sehr Versöhnliche, geht nämlich das Venture Capital Jahr 2020 versöhnlich zu Ende und auch besser als der ein oder andere das möglicherweise befürchtet und auch erwartet hat. Ja, abschließend noch ein detaillierterer Blick auf weitere wichtige Faktoren, die die Stimmung der VC-Investoren positiv und auch negativ beeinflussen. Grundsätzlich haben sich nahezu alle Faktoren verbessert. Das ist ja ein sehr positives Signal. Und sie erreichen, wie das Geschäftsklima, zum Ende des Corona-Jahres 2020 höhere Werte als noch ein Jahr zuvor. Aber man muss natürlich sagen, es gibt auch trotzdem noch Unterschiede. Kommen wir mal zu den positiven Bereichen. Also die Beurteilung des Förderumfelds erreichte sogar seinen Bestwert. Was wahrscheinlich auch an der umfangreichen Unterstützung für Start-ups, aber auch an der Ankündigung des Zukunftsfonds liegen mag. Absolut im grünen Bereich liegt auch das Fundraising-Umfeld. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Positiv werden zudem auch die Indikatoren für Qualität und Stärkung des Dealflows bewertet, die inzwischen auch klar im grünen Bereich liegen. Also hier kann man sagen, das ist schon mal top. Kritisch, das gibt es natürlich auch, werden hingegen die Einstiegsbewertungen eingeschätzt. Da geht der Daumen leider nach unten. Allerdings, auch das muss man sagen, fällt deren Bewertung immer noch besser aus als noch vor Jahressicht. Bei den Preisen scheint allerdings die Corona-Krise noch etwas nachzuhallen. Verbessert gegenüber den Vorquartalen, aber bedauerlicherweise immer noch vergleichsweise kritisch, sehen die Investoren die Exit-Möglichkeiten und auch den Wertberichtigungsbedarf. Aber trotzdem, man muss es sagen, es ist zwar auf der roten Tafel mit dem Daumen nach unten, trotzdem haben beide einen ganz kräftigen Sprung nach oben gemacht. Also es ist gar nicht so schlimm, wie es vielleicht im ersten Moment wirken mag. Das war jetzt unser kurzer Einblick in die aktuelle Investorenstimmung im Wagniskapitalmarkt. Wenn Sie noch weitere Infos dazu wünschen, dann gucken Sie doch mal bei uns auf die Websites von BVK, KfW und Handelsblatt. Da finden Sie auf jeden Fall noch weitergehende Informationen.